Herzlich willkommen, liebe Zoran-Zuschauer, zum Hebräerbrief, dem 9. Kapitel, das wir uns heute anschauen wollen, aus dem Neuen Testament der Bibel. Ab Vers 1 bis zum Schlussvers werde ich euch wie immer den Text vorlesen aus der Bibel und ihn euch auch erklären. Legen wir los mit Vers 1. Es hatte zwar nun auch das Vorregier, Zelt, Rechtsatzungen, einen Gottesdienst, das ebenfalls weltliche Heiligtum. Ja, hier gibt es unterschiedliche Textvarianten. Manche lassen dieses Wort hier weg, was Zelt heißt, worauf es sich dann auch beziehen könnte, dass es um den vorigen Bund geht, den Priesterbund der Weise Aarons. Das möchte ich hier auf jeden Fall noch mit anmerken. Ja, also Gottesdienst, Rechtsatzungen gibt es sowohl im Zelt als auch im Bund natürlich. Die sind halt nur unterschiedlich, je nach himmlisches Zelt, weltliches Zelt, himmlischer Bund oder himmlisches Priestertum und irdisches Priestertum. Da gibt es halt Unterschiede zum Melchizedek-Priestertum und dem Aronidischen Priestertum. Vers 2. Ein Zelt gewiss demnach wurde errichtet, das Vorherige, in welchem beides, der Leuchter und der Schaubrottisch und das Vorsetzen der Schaubrote ist, welches benannt wird, das Heilige. Jetzt geht es um die Stiftshütte, das vordere Zelt der Stiftshütte in dem Aronidischen Priestertum. Und was sich da drin halt befindet. Vers 3. Nach aber dem zweiten Vorhang, das Zelt, das genannt wird, das Heilige des Heiligen. Noch heiliger, das Allerheiligste. Ja, das zweite Zelt ist nach dem ersten dran. Das Goldenes hat ein Räucheropfergefäß und die Lade des Bundes bedeckt von überall her goldenem, in welchem das goldene stehende Gefäß war, in dem sich befindet das Manna und der Stab Aarons, der Blüte und die Tafeln des Bundes. Ja, hier wird im Allgemeinen genau darüber geredet, über das Allerheiligste, wie gesagt. Und Vers 4 bespricht, was da wohl drin sein soll. Die einen sagen, da ist der Räucheraltar drin, in diesem Bereich, weil er im ersten Zelt nicht aufgezählt wird. Ja, andere sagen, da ist es nur ein Räucheropfergefäß, was da drin liegt. Ja, wobei man sich fragen müsste, warum liegt es da drin? Wird das halt besondererweise nur benutzt zum Versöhnungstag? Wenn der Hohepriester da rein soll, dann holt man das dort raus, das liegt vielleicht direkt am Vorhang, greift rein, holt es raus oder befindet sich wirklich der Räucheraltar in diesem Bereich. Ja, wäre theoretisch möglich, darüber streiten halt die Gelehrten, das ist auch die Bundeslade. Und wie gesagt, da befindet sich auch noch das Manna und der blühende Stab Aarons und die Gesetzestafeln, wie gesagt, dort drin. Ob damit gemeint ist, dass es sich in der Bundeslade befindet oder im Allerheiligsten, auch das ist nicht geklärt. Ja, die einen sagen, stellen sich vor, dass es in der Bundeslade ist, die anderen stellen sich vor, dass zum Beispiel der Kug Manna und der Stab Aarons, dass sie sich nur im Allerheiligsten befinden in dem Zelt, aber nicht in der Lade. Vers 5 Ja, also hier geht es natürlich um den Deckel noch, der Bundeslader, der Sühneort, wie er beschrieben wird, wo die Cherubim drauf sind, aus Gold getrieben in einer Arbeit. Von dem Ort, wo halt Gott gesagt hat, da spricht er denn halt mit denjenigen, mit denen er sprechen will, die halt in der Stiftshütte sich befinden. Ja, und hier wird nicht weiter ausgeführt, das Ganze, weil das sollte ja bekannt sein, das ist ja nichts Neues, was jetzt hier Paulus berichtet, weil er die Bibel kennt. Steht ja im Alten Testament drin, die ganzen Ordnungen darüber dürfte also nichts Neues sein, dementsprechend muss Paulus jetzt nicht weiter fortfahren. Vers 6 Ja, das lesen wir alles in der Bibel, auch im Alten Testament, dem sogenannten, im Thora, im Tanach, dass das so ist. Und da ist halt das Zelt und wie ich schon gerade sagte, der Hochpriester geht zum Versöhnungstag einmal im Jahr dann auch in das allerheiligste Zelt rein. Ja, und hier sehen wir das mit dem Beispiel und natürlich mit den Opfern und das Blut für die eigenen Vergehen sozusagen. Vers 8 Ja, so wird beschrieben, dass halt dieser erste Teil, das erste Zelt, solange das da ist, so als Beispiel umgeblich auf zwei Zelte, soll es halt ein Zeichen sein, dass das Vorzelt halt nur auf bestimmte Zeit eigentlich nur Bestand haben soll. Und nicht für immer, aber das Allerheiligste, das den Thron Gottes abbildet, ja, das hat natürlich immer Bestand. Ja, das hat immer Bestand. Und das erste soll dann irgendwann weg in der Symbolik. Und das bedeutet, dass der Priester bunterweise Aaron irgendwann hier aufhört. Vers 9 Ja, also auch hier wird jetzt beschrieben, ja, ist so ein Gleichnis. Sozusagen das, was im Himmel geschieht, wird auf Erden hier auch gemacht, ja, durch die Priester. Sollen also lernen, was eigentlich das bedeutet, weil im Himmel scheint so etwas Ähnliches ja auch zu geben, was wir im Buch Offenbarung ja auch lesen können. Und man muss aber erkennen, dass das halt nicht zur völligen Reinigung oder Wiederherstellung ausreicht, weil die, die den Priesterdienst da ja vollbringen, ja, ist ja nicht so, dass die danach sagen können, so, wir sind jetzt sündenfrei, wir können jetzt wieder, sind jetzt in einem Zustand, Gott hat uns wiederhergestellt, wir können jetzt auch fähig sein, nicht mehr zu sündigen. Das findet sich ja alles natürlich nicht vor. Vers 10 Allein auf Speisopfer und Trankopfer, das ist damit gemeint, Speisen und Trank, und vorzüglichen Waschungen, und zwar mit Wasser des Beckens im Vorhof oder halt die Opfertiere, die dort gewaschen werden in diesem Opferdienst, und Rechtssatzung des Fleisches bis zur Frist der Zurechtbringung auf ihnen liegen. Ja, und da geht es hier darum, dass das natürlich das Priesteramt, Priesterdienst ist, da muss man rein sein, mit Reinfleisch darf man nur, also mit dem reinen Körper darf man nur dort den Priesterdienst ausüben. Das sind alles Dinge, ja, die hier beschrieben werden als etwas Notwendiges für den Priesterdienst der Weise Ahrens, aber nicht notwendigerweise braucht es das gleiche alles in der Priesterordnung Melchisedek. Ja, da gibt es nicht das, was hier alles steht, Speis und Trankopfer, ja, und die Waschung, dass man da irgendwie jetzt Opfer noch waschen muss vorher oder sich selbst, als Beispiel jetzt, na gut, da kann man natürlich Meinungsverschiedenheiten haben. Die meisten Christen gehen sogar davon aus, dass hier angeblich gelehrt wird, dass durch dieses Priesterdienst Melchisedek, dass jetzt die Speisegebote und Trankgebote aufgelöst sind, man kann jetzt Blut trinken und Schwein essen, und ja, man muss sich auch nicht mehr waschen, wenn man unrein geworden ist, und ja, und die galle Gesetze, die den Körper, das Fleisch betreffen, sind jetzt auch nicht mehr so wichtig, weil das war ja nur für eine gewisse Frist, bis die Zurechtbringung wieder geschieht. Ja, das steht hier aber nicht, nur wird es halt gern sich so ausgelegt, weil dann das Leben als Christ einfacher ist, man muss die ganzen Regeln nicht mehr beachten, weil sie ja nicht mehr gelten. So wird auch oft das hier in Vers 10 in Hebräer 9 hineingelegt, aber der Kontext bezieht sich ja hier vorzugsweise auf den Bund, den Priesterbund, die Aronitischen Priester, die Stiftshütte, was da drin getan wird, dienen und opfern und das alles. Warum sollte sich jetzt hier das alles auf einmal auf einen anderen Kontext beziehen und nicht den Kontext behalten, was halt in der Stiftshütte passiert? Wie schon gesagt, die Speisopfer, Trankopfer, ja, bestimmte Waschungen durchgeführt werden müssen und desgleichen, dass das, das ist, was nur so lange dient, also dieses aronitische Priestertum, bis es halt wieder zurechtgebracht wird durch Jesus und wieder das Priestertum der Weise Melchizedek gilt. Das ist doch hier meines Erachtens klar und deutlich im Vordergrund und nicht in irgendeiner Weise, dass jetzt Gesetze, die außerhalb des Priestertums sind, davon betroffen wären. Vers 11. Christus aber der herkommender, hohe Priester, der zukünftigen Güter, durch des größeren und vollkommeneren Zeltes keinesfalls mit Händen gemacht, dieses ist keinesfalls von dieser der Schöpfung. Also jetzt darum, jetzt geht es um das himmlische Zelt, das himmlische Heiligtum, auch nicht durch des Blutes der Böcke und Kälber, aber durch des eigenen Blutes er einging ein für allemal in die Heiligtümer, eine ewige Erlösung findend. Ja, genau, da haben wir die ewige Erlösung auch für uns, ja, die dadurch ermöglicht ist, ja, weil Jesus, wie gesagt, durch seine eigene Aufopferung in den Himmel, ins himmlische Heiligtum eingegangen ist und so wir dadurch dann auch, ja, wie es hier heißt, Erlösung haben können. Vers 13. Vers 13. Vers 14. Vers 14. Werken dazu, den Gottesdienst darzubringen, dem lebendigen Gott. Genau. Den Gottesdienst im Priesterbund der Weise Melchisedek. Also Jesus Christus, durch das erd hat, mit seinem Blut und desgleichen, der sich aufgeopfert als makelloses Opfer, dass wir dadurch auch diese Möglichkeit haben, unser Gewissen reinzumachen, dass wir sagen, ja, wir sind zwar Sünder, aber, aber, aber wir haben dennoch eine Erlösung, an der wir teilhaftig werden können, wenn wir umkehren von unseren Wegen und unsere Unsere Sünden bereuen, da wird Jesus im Allerheiligstum oben im Himmel natürlich auch dieses fortwährend machen, vor dem Vater das bringen und dadurch wird den Menschen, die an Jesus glauben, denn vergeben werden, wenn sie sich an Gott durch Jesus Christus wenden, wenn sie gesündigt haben, zum Beispiel, ja. Und natürlich soll man natürlich dann wie Christus auch sein Leben umstellen, ja. Wer glaubt an Jesus und Gott und sein Leben nicht ändert, der wird auch am Ende ein Problem haben, weil Jesus sagt, ja, ich kenne euch da nicht, ihr nennt zwar meinen Namen, aber ich kenne euch nicht, weil ihr macht ja gar nicht das, was ich euch gesagt habe, was in der Bibel steht, ne, deswegen muss man, jetzt hast du hier natürlich nur an wahre Christen gerichtet, die die Bibel ernst nehmen. Vers 15 Und durch dieses der Mittler des neuen Bundes ist, also Jesus Christus, ja, damit der Tod geschah, zur Freilösung der auf der vormaligen Bundübertretungen die Verheißung zu bekommen, die berufen worden sind, das ewige Losanteil, ja. Also dem, dass man das denn bekommt. Ja, also der neue Bund, der neue Mittler, nicht Mose, sondern Jesus, der hier Mittel zwischen Gott und dem Menschen, ja. Dadurch, Tod ist ja halt das Problem, ja, aber das Tod des Messias auch brachte uns zur Freilösung, ja, weil wir halt die ganzen Übertretungen, die wir im vormaligen, also im ersten Bund drin haben, dass wir die ja gar nicht alle erfüllen, ja, keine Tieropfer und desgleichen möglich ist, wenn wir sündigen, wenn der Tempel gar nicht da ist, ja, und wir die Verheißung anteilig werden von dem, was in der Bibel steht, ja. Dazu sind wir berufen, dass wir das auch, das ewige Losanteil bekommen und nicht das irdische, das ja nur zu Lebzeiten letztendlich ein, was bringt und wer weiß, wie es in den nächsten Generationen aussieht. Vers 16 Wo gewiss demnach ein Testament oder ein Wund oder ein Vertrag kann man übersetzen, ist, der Tod notwendig ist, herbeizubringen des Machers des Bundes, ja, wenn es so ist, also auch das Testament, das ist mein letzter Wille, nach dem Tod wird das und das geschehen, ja. Vers 17 Ein Bund gewiss demnach über den Toten bestätigt ist, weil nicht vermag es, wenn lebendig ist, der Bund machende, ja, so gibt es halt so Sterbetestamente, sodass die Dinge dann erst gelten nach dem Tod, ja, umgesetzt werden, so in der Form. Weswegen auch nicht der vormalige Bund ohne des Blutes neu eingeweiht wurde. Ja, auch da immer wieder Einweihung, Einweihung durch diese Dinge mit Blut, dass halt, dass das das Zeichen ist, dass dadurch halt Bünde, Bünde bestätigt werden. Jesus hat sein Blut gegeben, Abraham ist durch geopferte Tierteile am Bund herhaftig geworden, die, floss ja auch Blut, wo der Herr durchgelaufen ist, durch diese Teile, um den Bund zu bestätigen, ja, und natürlich auch hier Tiere, Opfer und desgleichen, da ist ja auch im alten Bund, im Aaroniten Priestertum, dieses Blut ja auch vorzufinden. Vers 19, es wurde gesprochen, gewiss dem nach jedes Gebot, gemäß dem Gesetz unter Moses, jeden in dem Volk zu nehmen, das Blut der Kälber und Böcke mit des Wassers und der scharlachenen Wolle und des Isops, es auch die gerollte Bibel und jedes der Dinge des Volkes damit besprengte, mit dem Blut, ja. Er sagte, dies ist das Blut des Bundes, deren angeordnet hat für euch der Gott, auch das Zelt, aber auch alle die Geräte der Volksamtsausübung mit dem Blut gleicherweise besprengte und beinahe alles mit Blut gereinigt wird, gemäß dem Gesetz und ohne Blutausgießung keinesfalls geschieht Vergebung, ja. Also es wird Blut gereinigt, manche wird mit Wasser gereinigt, manche mit Feuer, ja, das sind hier so Beispiele, die es in der Bibel dazu auch gibt. Und ja, gemäß dem Gesetz muss es so geschehen, es sind halt die ewigen Gesetzestümer, die es gibt, an die sich alle halten müssen, die Menschen, Engel, Gott und wie es heißt, wenn es ohne Blutvergießung keine Vergebung geschieht, dann ist das so. Da können wir nicht sagen, oh, es geht bestimmt auch anders, nein, es muss immer irgendjemand sterben, damit du Vergebung haben kannst. Es ist notwendig nun, dass für wahr die Beispiele, der in den diesen Himmeln reingemacht werden, dass alles aber die überhimmlischen mit besseren Opfern als diese, ja. Das ist halt das, was hier auch wieder am Vordergrund steht, ja. Es ist halt notwendig, ja, dass besseres Blut kommt, besseres Opfer kommt als das, was die Menschen dort machen für die Heiligtümer auf der Erde, ja, dass hier natürlich was besseres als Opfer kommt. Keinesfalls gewiss demnach ist das mit Händen gemachte Heiligtum, ein gegen der Christus, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in ihn den Himmel nun vorstellig wird, dem Angesicht des Gottes für uns, ja. Ja, also Christus geht jetzt nicht in das Allerheiligste, wo die Bundeslade steht auf der Erde, ja, sondern in das wahrhaftige Zelt, das ist der Thron Gottes, dort geht er hin vor Gott selbst, ja. Das Gegenbild des Wahrhaftigen wird zwar so genannt, aber es ist letztendlich der Thron Gottes im Himmel, ja. Dort hat er sich präsentiert. Vers 25 auch nicht, dass oftmals er darbringe sich selbst, so wie der hohe Priester, er eingeht in das Heiligtum gemäß desselbigen Jahr, mit fremdem Blut, sonst müsste er oftmals leiden vom Niederwurf der Welt, nun aber einmal zum Abschluss der Zeitalter zur Aufhebung der Sünde, also Macht der Sünde, durch das sein Opfer offenbar machte, ja. Jesus hat sich aufgeopfert, dadurch ist das im Priesterbund der Weise Melchizedek so anerkannt und im himmlischen Priestertum so möglich, dass wer sein eigenes Blut opfert und reines, der kann halt, ja, das ewiglich dann auch machen und dass man sich nicht vorstellen müsste, für die die Bibel gelesen haben, dass wieder hohe Priester im Aronitischen Priestertum einmal im Jahr diese ganzen Dinge machen muss mit Opfergaben, dass Jesus das jetzt auch machen muss einmal pro Jahr, nein, es gilt für die Ewigkeit, deswegen gilt es für die Menschen, solange sie leben, dass sie auch, ja, daran teilhaftig werden können. Vers 27 Und insofern gemäß es bestimmt ist, den Menschen einmal zu sterben, danach aber diesen das richten. Ja, Mensch muss wegen der Sünde sterben und danach kommt das Gericht, das heißt, er wird beurteilt nach dem, was er tut und wird dann gerichtet, nach der Auferstehung der Toten, immer, immer, ja. Du wirst also auch sterben können, selbst du gestorben bist, durch das Gericht dann aber. So selbst der Christus einmal sich darbrachte, damit die vielen Sünden her hinaufzubringen, auf das zweite Mal ohne Sünde, er wird erscheinen, denen, die auf ihn warten, zur Rettung. Ja, die Wiederkunft Jesus Christus, die hier angesprochen wird, ja, und diese einmalige Darbringung des Christus durch das einmal sterben und danach, ja, gut, Jesus ist ja sündlos, dementsprechend hat er ja nichts, dass man ihn richten könnte, nach seinem Tod und, ja, deswegen hat er dadurch etwas erbringen können. Er sagt ja auch, die vielen Sünden hinaufzubringen, ja, gemacht bei dem ersten Mal, bei seinem ersten Aufstehen aus den Toten, ja, und das zweite Mal, wenn er dann kommt, ist er dann ohne Sünde, also als Geistwesen sozusagen kommt er und jetzt nicht wegen der Sünde oder so, ja, er wird erscheinen, sondern, wie gesagt, um die dann zu retten, die an ihn geglaubt haben, zu ihren Lebzeiten an diesen neuen Bund. Ja, das ist der Hebräerbrief, Kapitel 9 gewesen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, Anmerkungen, schreibt es gerne in den Kommentarbereich, sonst meldet euch gerne über die eingeblendeten Nummern, wenn ihr Anfragen habt, WhatsApp, Telekom, Textnachrichten, Sprachnachrichten, sonst, wenn ihr diesen, ja, hier, Online-Dienst unterstützen wollt, damit das ja auch vorangeht und weitergeht, dann könnt ihr es gerne machen, die Infos dazu findet ihr im Informationsbereich unter dem Video und ich wünsche euch viel Erfolg, für euch das nochmal anzuhören oder wie auch immer, das nochmal zu studieren und wir schauen, dass wir uns denn, so Gott will, Kapitel 10 wiedersehen, wo wir denn auch da einsteigen und zu schauen, was dort das Wort Gottes uns, ja, sagen möchte. Ja, bis dahin, meine lieben Gottes Segen wünsche ich und Shalom.